In diesem Video geben wir euch eine Übersicht über koreanische Grammatikregeln, indem wir uns einen Beispielsatz ansehen und ihn abändern, um die wichtigsten koreanischen Grammatiken kennenzulernen. Jhoi jo! Jhoi jo! Dabei zeigen wir euch die grundlegenden Grammatikregeln, die ihr braucht, um eine solide Basis für euer koreanisch Lernen aufzubauen und erklären euch dann, wie ihr die koreanische Grammatik am besten lernt, die Reihenfolge, in der ihr sie lernen solltet und wie ihr die Schwierigkeiten beim Lernen der koreanischen Grammatik überwinden könnt. Los geht's! Wir machen unsere Beispiele jetzt im koreanischen Alphabet Hangel, weil wir keine Romanisierung unterrichten. Ihr braucht das Alphabet nicht, um unsere Erklärungen in diesem Video zu verstehen, aber ihr braucht es zum koreanisch Lernen. Wenn ihr das koreanische Alphabet Hangel noch nicht könnt und koreanisch lernen möchtet, könnt ihr das Alphabet in acht einfachen Schritten in unserer Playlist zum koreanischen Alphabet Lernen. Sehen wir uns jetzt also die koreanische Grammatik an. Zuerst die Satzstellung. Im Deutschen ist die Satzstellung normalerweise Subjekt, Verb, Objekt. Wir sagen, ich lese ein Buch. Aber im koreanischen wäre die Satzstellung, ich Buch lese. Also Subjekt, Objekt, Verb. Und ein Beispielsatz. Ich Buch lese. Das Verb steht im koreanischen immer am Ende. Wenn es kein Objekt gibt, ist die Satzstellung also gleich wie im Deutschen. Subjekt, Verb. Ich lese. Aber wenn es ein Objekt gibt, steht das Objekt vor dem Verb. Das Verb steht also immer am Ende. Also Subjekt, Verb. Wenn es ein Objekt gibt. Subjekt, Objekt, Verb. Ich, Buch, lese. Und Subjekt, Verb. Aber eigentlich brauchen wir ein Objekt, wie eben in unserem Satz Buch. Die Mindestbestandteile eines Satzes sind also Subjekt und Verb, gleich wie im Deutschen. Ich lese. Ist schon ein Satz. Im koreanischen kann das Subjekt, wenn es aus dem Kontext schon klar ist, weggelassen werden. Wir können also auch nur mit einem Verb einen Satz bilden. Wie sieht das dann aus? Ilgoyou. Lesen. Und wenn du das so sagst, würde es heißen, ich lese, oder? Ja. Subjekt ist klar. Natürlich hat der Satz ein Subjekt, aber wir müssen das Subjekt nicht sagen. Ich lese. Du liest. Sie liest. Liest du? Wie im Deutschen lernen wir die Verben im koreanischen im Infinitiv und wandeln sie ab, um sie in einem Satz zu verwenden. Glücklicherweise ist die Person aber, wie wir gerade gesehen haben, erste Person, zweite Person, dritte Person und auch Einzel- oder Mehrzahl dabei aber egal. Verben werden immer gleich abgewandelt. Im Infinitiv enden Verben immer auf... Da. Da. Wenn wir da wegnehmen, bekommen wir den Verbstamm und vom Verbstamm bilden wir Grammatiken wie zum Beispiel die Gegenwart, die Zukunft, die Vergangenheit oder den Imperativ. Sehen wir uns Beispiele an. Ich lese. Ich habe gelesen. Ich werde lesen. Ilguseyo ist also der Imperativ. Eine Besonderheit stellen die Hada-Verben im koreanischen dar. Hada ist das koreanische Verb machen und Hada-Verben sind Verben, die aus einem Objekt und dem Verb machen bestehen. Es gibt zum Beispiel kein Verb für trainieren. Wie sagt man trainieren? 운동하다. Man sagt also Sport machen. Genau. Es gibt kein Verb singen, sondern man sagt Lied machen. Und es gibt auch kein Verb schenken, sondern man sagt Geschenk machen. Es gibt viele solche Verben im koreanischen. Hada-Verben sind eigentlich sehr praktisch, weil wir zum Abwandeln der Hada-Verben nur Hada abwandeln müssen. Und Hada wird immer gleich abgewandelt. Koreanische Nomen werden in unseren ersten einfachen Sätzen als Objekte und als Subjekte verwendet. Ein Beispiel für ein Nomen ist, wie wir gerade gelernt haben. Check. Check. Buch. Buch. Nomen im koreanischen sind einfacher als im deutschen. Warum ist das so? Wir können zwar die Mehrzahl bilden, indem wir DIL anhängen, aber in der Praxis macht man das nicht oft und ein Nomen kann entweder Einzahl oder Mehrzahl sein. Außerdem gibt es keine bestimmten oder unbestimmten Artikel. Check. Ich lese ein Buch. Check. Ich lese das Buch. Ich lese Bücher. Ich lese die Bücher. Außerdem gibt es im koreanischen kein männlich, weiblich oder sächlich. Also es gibt kein der, die, das. Wir deklinieren im koreanischen also überhaupt nicht. Wir ändern die Nomen überhaupt nicht. Aber im koreanischen hängen wir Partikel an Nomen an. Was sind Partikel? Die schwierigste Grammatik im koreanischen. Genau. Die Partikel sind eines der schwierigsten Themen der koreanischen Grammatik. Partikel werden verwendet, um Nomen wie zum Beispiel Subjekt und Objekt als Satzteile zu markieren, aber auch um unseren Sätzen feine Nuancen hinzuzufügen. Partikel können wir mit den Artikeln im Deutschen vergleichen, nur stehen Artikel vor dem Nomen, während Partikel ohne Leerzeichen an das Nomen angehängt werden. Es gibt unzählige koreanische Partikel, oder? Ne. Sehr viele. Sehr viele. Man na jo. Aber die wichtigsten sind der Thema, der Subjekt und der Objektpartikel. Thema und Subjektpartikel markieren oft das Subjekt, während der Objektpartikel nur das Objekt markiert. Wie würde das mit einem unserer Nomen aussehen? 저는 책을 읽어요. Hier markiert der Thema-Partikel Das Subjekt? 저. Ich. Und der Objektpartikel? 일. Das Objekt? 책. Buch. Die Funktion der Partikel zum Markieren von Satzteilen ähnelt eigentlich der Funktion der vier Fälle im Deutschen. Wir haben am Anfang die Satzstellung besprochen, aber während das Verb immer am Ende vom Satz steht, könnten die anderen Satzteile theoretisch die Stellung im Satz wechseln. Das geht, weil im Koreanischen die Partikel und im Deutschen die vier Fälle, die Rolle, die ein Nomen in einem Satz spielt, festlegen. Ich lese das Buch oder das Buch lese ich. 저는 책을 읽어요. Oder? 책을 저는 읽어요. Das Zweite klingt unnatürlich, oder? Nein, unnatürlich. Das Zweite klingt unnatürlich, weil wir das Subjekt normalerweise weglassen und auch weil die Satzteile in kurzen Sätzen nicht einfach so vertauscht werden würden. Auf Deutsch würden wir auch nicht den Apfelessig sagen, aber die Bedeutung bleibt gleich und der Satz ist nicht falsch. Wir könnten koreanische Partikel im gesprochenen Koreanisch auch weglassen, aber es macht unsere Sätze unklarer. Außerdem könnten wir die Partikel verwenden, um Nuancen wie einen Themenwechsel oder einen Vergleich anzudeuten oder um die Art der Informationen, die wir kommunizieren, besser zu definieren. Aber darüber braucht ihr euch am Anfang keine Sorgen zu machen. Keine Sorge. Keine Sorge. Und wie verneinen wir koreanische Verben? 책을 읽어요. Hat jetzt also ein Subjekt, das wir weggelassen haben, ein Objekt mit dem Objektpartikel und ein in die Gegenwart abgewandeltes Verb. 책을 읽어요. Ilgojo. Lesen. Versuchen wir diesen Satz zu verneinen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Entweder stellen wir an, das Wort nicht, vor das Verb oder wir hängen. An den Verbstamm an, beides bedeutet genau das Gleiche. Ich lese das Buch nicht. Ich lese das Buch nicht. Einmal mit an vor dem Verb, einmal mit jiantha als Verbendung. Koreanische Adjektive funktionieren wie koreanische Verben. Was heißt das? Koreanische Adjektive, wenn sie sich auf das Subjekt beziehen, stehen am Ende des Satzes und werden auch konjugiert. Wie unterscheidet sich das vom Deutschen? Auf Deutsch würden wir sagen, das Buch ist billig. Während wir auf Koreanisch 책이 있어요. Also Buch billig sagen. Im Deutschen brauchen wir das Verb sein, um ein Adjektiv zu verwenden. Das Buch ist billig. Im Koreanischen verwenden wir ein Adjektiv statt einem Verb. Also brauchen wir das Verb sein nicht. In unserem Fall ist 책 das Subjekt. Daher sagen wir nicht mehr 책을 sondern 책이 mit dem Subjektpartikel. Wir können Adjektive also auch in die verschiedenen Zeiten konjugieren, genau wie Verben. 책이 쌓어요. Das Buch ist billig. 책이 쌓어요. Das Buch war billig. 책이 쌓을 거예요. Das Buch wird billig sein. Koreanische Adjektive können auch mit Objekten verwendet werden, indem wir sie vor das Objekt, also vor ein Nomen stellen. Hier noch einmal unser Beispiel mit dem Buch. 산 책을 읽어요. Ich lese das billige Buch. Und koreanische Adverben. Was sind Adverbien? Adverbien modifizieren entweder Verben, Adjektive oder einen ganzen Satz. Adverbien stehen also am Anfang vom Satz vor einem Adjektiv oder vor einem Verb. Adverbien werden manchmal von den Adjektiven abgewandelt und manchmal sind sie eigene Wörter. 책을 빨리 읽어요. Ich lese das Buch schnell. 책을 자주 읽어요. Ich lese das Buch oft oder ich lese oft ein Buch. 자주 책을 읽어요. Oft lese ich das Buch. 책이 너무 쌓요. Das Buch ist sehr billig oder zu billig. Koreanische Höflichkeit. Höflichkeit und Partikel sind die beiden Bereiche der koreanischen Sprache, die für die meisten am schwierigsten sind, weil es diese Konzepte in der Form in den meisten anderen Sprachen nicht gibt. Hier möchten wir zur Höflichkeit nur so viel sagen, dass es eigene Verben, Nomen, Pronomen und andere Wortarten für verschiedene Höflichkeitsstufen gibt. Es gibt verschiedene Verbendungen, je nachdem, ob man über sich selbst oder über jemand anderen redet. Je nachdem, ob man sich selbst oder die andere Person höher oder niedriger stellen muss als sich selbst. Je nachdem, ob man sich in einer öffentlichen Situation wie bei einer Präsentation oder einem Vorstellungsgespräch befindet. Dabei geht es vor allem um das Alter, aber auch um die Stellung in der Gesellschaft. Hier gehen wir gar nicht näher auf die Höflichkeit ein, aber wir haben die Grundlagen der Höflichkeit bereits kennengelernt, indem wir in der Präsent, jo, an den Verbstamm gehängt haben. Cegl Ilgo Cegl Ilgo wäre Banmal, die nichthöfliche Form. Würde man jo weglassen, handelt es sich also um informelle Sprache, die nichthöfliche Sprache. Aber Banmal verwenden wir nur mit gleichaltrigen Freunden und mit Familienmitgliedern. Ihr solltet am Anfang einfach kein Banmal verwenden, an alle Verben jo hängen und wir bringen euch am Anfang auch kein Banmal bei. Ihr müsst zum Beispiel auch wissen, dass der Altersunterschied im Koreanischen sehr genau genommen wird. Wenn wir sagen gleichaltrige Freunde, dann heißt das Freunde, die im selben Jahr geboren sind, oder? Nee. Und Personalpronomen im Koreanischen haben einen weniger hohen Stellenwert als im Deutschen, weil wir das Subjekt meistens weglassen und auch, weil wir unser Gegenüber meistens nicht direkt ansprechen. Lassen wir das Subjekt also mal nicht weg. Es gibt zwei Personalpronomen für ich und der Unterschied ist wieder Höflichkeit. 저 Haben wir in diesem Video bereits verwendet. 저는 책을 읽어요. Ich lese das Buch. Ich lese das Buch. Wir könnten statt 저는 책을 읽어요, also auch 나는 책을 읽어요 sagen, aber das wäre nicht höflich, also solltet ihr es am Anfang einfach nicht verwenden. Durfkoreanisch ist no, no ist auch nicht höflich. Wir verwenden es bei Freunden, die im selben Jahr geboren wurden, oder jüngeren Leuten. Eine höfliche Form von du gibt es gar nicht, weil es grundsätzlich nicht höflich ist, unser Gegenüber direkt anzusprechen. Was machen wir dann, wenn wir zum Beispiel, lesen Sie ein Buch, sagen wollen? Ganz einfach, wir lassen das Subjekt einfach weg. 책을 읽어요. Lesen Sie ein Buch. Für die dritte Person, er, sie, es, gibt es auch kein Pronomen, sondern wir sagen, 그 여자, 그 남자 oder 그 사람. Was diese Frau, dieser Mann oder diese Person bedeutet. Wie gesagt, gibt es kein männlich, weiblich oder sächlich. Wenn wir über eine Sache reden, können wir auch 그것 sagen, was so viel wie diese Sache bedeutet. Dieser Mann, diese Frau oder diese Person liest ein Buch. Ist die koreanische Grammatik schwierig zum Lernen? Das kann Gerhard vielleicht besser beurteilen als ich. Meiner Meinung nach ist die koreanische Grammatik am Anfang einfacher, als die Grammatiken vieler anderer Sprachen, weil die koreanische Grammatik logisch ist und weil es zum Beispiel Einzahl, Mehrzahl und das Geschlecht nicht gibt, was das Abwandeln der Verben viel einfacher macht. Es gibt im Koreanischen zwar Ausnahmen zu manchen Grammatikregeln, aber weit nicht so viele wie in den meisten europäischen Sprachen. Was im Koreanischen aber von Anfang an eine Herausforderung darstellt, sind die Höflichkeit und die Partikel. Unsere Empfehlung ist es, die Partikel und die Höflichkeit von Anfang an zu lernen. Ihr braucht Partikel und Höflichkeit, aber wir sollten uns nicht zu viele Sorgen machen. Wir müssen die Partikel und die Höflichkeit im Zusammenhang mit der koreanischen Sprache verstehen und wenn wir gerade angefangen haben, fehlt uns dieser Zusammenhang. Wir lernen also Schritt für Schritt koreanisch und damit auch Schritt für Schritt immer mehr Aspekte und Zusammenhänge der Partikel und der Höflichkeit. Es ist nicht möglich, alle Aspekte der Partikel und der Höflichkeit ganz am Anfang zu verstehen. Keine Sorge! Ich finde die koreanische Grammatik also am Anfang recht einfach, aber die Grammatik wird schwieriger und schwieriger als in vielen anderen Sprachen, je weiter ihr fortschreitet. Warum ist das so? Das liegt daran, dass koreanisch ganz anders ist als deutsch und wir, nachdem wir die Grundlagen gelernt haben, lernen wollen, wie wir unseren Sätzen feine Nuancen hinzufügen können und komplexere Themen ausdrücken möchten und die Möglichkeiten, solche Nuancen und Komplexitäten auszudrücken, im koreanischen einfach ganz anders funktionieren als im deutschen. Das ist aber auch das Schöne am Lernen einer exotischen Sprache. Mit der Sprache lernen wir die Kultur und eine andere Denkweise kennen und verstehen. Und wie könnt ihr die koreanische Grammatik lernen? Wie würden wir euch konkret empfehlen, die koreanische Grammatik zu lernen? In unserem Video zum Koreanisch Lernen erklären wir, welche Playlists ihr in welcher Reihenfolge lernen solltet. Unser Ziel mit diesem Kanal war es schon immer, euch jeden Aspekt der koreanischen Sprache beizubringen. Schaut euch das Video an, aber zusammengefasst lernt ihr einfach die acht Videos zum koreanischen Alphabet und beginnt dann mit den 100 Lektionen der Koreanisch für Anfänger Playlist. Die Lektionen sind durchnummeriert und bauen aufeinander auf. Also schaut ihr einfach ein Video nach dem anderen. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Abonniert DJ-Kanal. So, losstere godt, hat ein Video nach 행st. So, losstereheiten. Hier fluffige, das gewtım Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.